Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen hier zu einem weiteren Miniguide. Diesmal geht es wieder um ein Legion Spielzeug. Naja, sagen wir vielleicht baldiges Spielzeug. Und zwar geht es um den Lichtpartikel. Diesen gibt es bei dem Händler Zorius in Dalaran. Mapcots wären 4815. Dieser Händler hat aber einen Haken. Und zwar wechselt er seine Angebote. Das heißt, am einen Tag bietet er ein Reittier an, am anderen wieder das Spielzeug. Die Rezepte allerdings hat er jeden Tag für euch. Das heißt natürlich, ihr müsst öfter mal vorbeischauen, um euch vielleicht das kostenlose Spielzeug zu holen. Richtig, kostenlos. Wenn ihr nun Glück hattet und es ergattern konntet, könnt ihr damit euch in eine Astralfigur verwandeln. Der Effekt hält 5 Minuten an und es hat eine Abkennzeit von 30 Minuten. Momentan in der Beta ist es noch kein Spielzeug. Aber es wurde sich von Blizzard schon geäußert, dass sie sich überlegen, es zum Spielzeug zu machen. Auf jeden Fall ist es ein Hingucker, egal ob Spielzeug oder nicht. Ich wünsche euch natürlich jetzt auf jeden Fall viel Spaß damit. Und wir hören uns, wenn ihr möchtet, zum nächsten Video wieder. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.